Guten Tag, wir von der Berufsfeuerwehr Wadda Eickel suchen neue Feuerwehrleute. Die Feuerwehr Wadda Eickel ist mit dem besten Gerät ausgestattet und verfügt über einen gut bestückten Fuhrpark mit diversen Feuerwehrfahrzeugen. Kommen Sie zu uns, wir bieten einen vielseitigen Arbeitsplatz. Erlernen Sie zum Beispiel den Beruf des Rettungssanitäters. Helfen und verarzten Sie Unfallopfer blitzschnell an Ort und Stelle. Helfen Sie, verirrte Nutztiere zu finden und zusammen mit Ihren Kollegen zu bergen. Und last but not zuletzt erlernen Sie als Feuerwehrmann auf unserem betriebseigenen Löschübungsplatz für Feuerwehrmänner und die, die es nur werden wollen, alle Techniken am Schlauch. Die Feuerwehr Wadda Eickel genießt hohen Ansehen, auch in der Ostzone. Bei der Flut in Dresden stellte die Feuerwehr Wadda Eickel zwei ganze Löschzüge und mehrere Schlauchboote zur Evakuierung der Bevölkerung bereit. Auch Frauen sind aufgerufen, den Dienst am Schlauch anzutreten. Wir von der Berufsfeuerwehr sind da aufgeschlossen und begrüßen das sogar. Also, bewerben Sie sich bei der Feuerwehr Wadda Eickel unter www.beidefeuerwehrwaddaeickel.de Denn wir sind immer da, wo es brennt. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.